Die Stimmung in einigen Teilen Spaniens verschlechtert sich und es kommt zu vermehrten Protesten im Land. Besonders in der Region Katalonien wird Tage, Wochen, Monate lang protestiert und es kommt sogar zu vermehrten Ausstreitungen in Städten wie Girona, Reus, Tarragosa und auch Barcelona. Katalanische Firmen, Konzerne und Unternehmen schließen sich die Proteste an. Selbst der FC Barcelona äußert sich positiv über das, was die Menschen in der Region fordern. Die komplette Abspaltung und vollständige Unabhängigkeit vom Mutterland Spanien. Genau darüber wird in den nächsten Tagen ein Unabhängigkeitsreferendum durchgeführt, wo es um die Zukunft Kataloniens geht. Nach der Abstimmung melden katalanischen Behörden eine Wahlbeteiligung von 69,9% sowie eine Zustimmung von rund 91% der Wähler zu einer Unabhängigkeit. Jetzt ist aber Katalonien noch nicht unabhängig, sondern erstmal muss das Königreich Spanien diese Unabhängigkeit anerkennen. Sagen wir mal gegen alle Wahrscheinlichkeiten, dass nach mehreren Verhandlungen von spanischer und katalanischerseits eine friedliche Einigung erzielt wird, um weitere Ausschreitungen und einen eventuellen Bürgerkrieg im Land zu verhindern. Akzeptiert die spanische Regierung die Unabhängigkeit und hält dieses in einem Vertrag schriftlich fest. Die spanische Regierung Katalonien ist von nun an unabhängig. Stopp, 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 stopp. Zur Klarstellung. Wir wissen, dass solch ein von mir beschriebenes Szenario absolut unwahrscheinlich ist. Es gibt zwar in Katalonien sehr starke Unabhängigkeitsbestrebungen, aber von einer Abspaltung ist man noch weit entfernt. Es handelt sich hier nur um das bekannte Format Was-wäre-wenn. Bei dieser wir verschiedene Gedankenexperimente durchgehen und diese dann realistisch auf den Sport zu übertragen. Für unser heutiges Was-wäre-wenn habe ich eine Region rausgesucht, die besonders für ihre Unabhängigkeitsbestrebungen bekannt ist. Und diese sogar bis in den Fußball geschafft haben. Was wäre, wenn Katalonien ein eigenes Land und einen eigenen Fußballverband hätte? Bevor wir uns aber an den katalanischen Fußball wenden, gibt es erstmal die harten Fakten über das Land. Katalonien ist eine Region Nordosten Spaniens zwischen der Mittelmeerküste und den Pyranäen. Politisch ist Katalonien eine von 17 autonomen Gemeinschaften Spaniens und gilt aufgrund geschichtlicher und kultureller Besonderheiten neben dem Baskenland und Galicien als eine der historischen autonomen Gemeinschaften, wo Unabhängigkeitsbestrebungen eine große Bedeutung haben. Im Falle einer Abspaltung vom Mutterland würde Spanien rund 6,3% ihrer Landesfläche verlieren, genauso auch 16% der Bevölkerung und ein fünftes Bruttoinlandsprodukt BIP. Auch könnte Kataloniens Unabhängigkeit eine Kettenreaktion im Land auslösen. Denn Katalonien ist nicht die einzige separatistische Region in Spanien, sondern auch die Kanaren, Andalusien, die Balearen, Galicien und auch das Baskenland träumen von einer Unabhängigkeit und werden mit höchster Wahrscheinlichkeit Katalonien nachmachen. Und das könnte dazu führen, dass das spanische Königreich langsam zerfällt. Für unser Gedankenexperiment aber sagen wir, dass es nicht passiert, dass nur Katalonien sich von Spanien abspalten wird. Die ehemalige spanische Region Katalonien wird in die Republik Katalonien umbenannt und wird von der Mehrheit der Vereinten Nationen als Staat anerkannt und bekommt einen Sitz in der UNO. Mitglied in der NATO wird man nicht und auch ein EU-Beitritt wird von Spanien blockiert. Barcelona wird die neue Hauptstadt der Republik Kataloniens und die offizielle Amtssprache wird katalanisch, spanisch und auch aranäisch. Da Katalonien weder zur Europäischen Union, wie auch noch zu Spanien gehört, braucht das Land eine eigene Währung und auch einen eigenen Pass. Die Republik Katalonien wäre flächenmäßig auf Platz 32 in Europa, von den Einwohnern her auf Platz 21. Einwohner- und flächentechnisch her wäre Katalonien mit Ländern wie Bulgarien und mit Belgien vergleichbar. Neben Barcelona sind die größten und bekanntesten Städte Hospitalet, Terraza, Badalona, Sabadell, Leida, Tarragona, Reus und Girona. Wenn wir uns die Geschichte des katalanischen Männerfußballs angucken, fällt auf, dass es nur wenige erfolgreiche katalanische Fußballclubs gab, sondern nur einen absoluten. Seit Gründung der höchsten spanischen Spielklasse im Jahr 1929 gab es insgesamt acht verschiedene katalanische Fußballvereine, die jemals in der spanischen Ersten Liga gespielt haben. Katalonien wäre all-time gesehen die Region mit den zweitmeisten Erstligisten in Spanien. Von diesen acht katalanischen Klubs spielen heute nur noch der FC Barcelona, Espanol Barcelona und der FC Girona auf dem höchsten spanischen Niveau. Die spanische Fußballmeisterschaft wurde insgesamt 26 Mal von einem katalanischen Verein gewonnen. Das Ding ist, alle 26 gewann der FC Barcelona. Ähnlich sieht es auch beim spanischen Pokal aus. Katalonien holte dort insgesamt 35 Trophäen, diese viermal von Espanol Barcelona und restliche 31 vom FC Barcelona. Beim spanischen Supercup sieht es nicht anders aus. Selbst beim Coppa Catalunya, den ehemaligen katalanischen Fußballpokal, wurde von Barcelona komplett dominiert. Genau anders sieht es im internationalen Fußball auch nicht aus. 28 Mal qualifizierte sich eine katalanische Mannschaft für Europa, wovon 27 Mal der FC Barcelona war und einmal Europa League für den FC Espanol Barcelona. Der nationale Titel gewann Katalonien 13 Stück, wovon wieder 12 von Barca und einer von Espanol war. Kommen wir aber ins Jetzt. Wie stark wäre eine katalanische Fußballliga und wie sähe sie aus? Ich habe mich entschieden, die Teams nach ihrer aktuellen Liga-Platzierung zu sortieren. Aufgrund der Größe des Landes wird es in der Liga nur insgesamt 10 mögliche Erstliga-Plätze geben. In der ersten Saison in der ersten Liga wären der FC Barcelona, der Espanol Barcelona, FC Gijron, FC Andorra, CE Sabadell, CF Badalona, UE Cornela, UE Costa Brava, Gymnastik de Tarragona und der CE Europa. Der FC Andorra ist dabei, der als einziges andorianische Verein in Spanien spielt und dort in Katalonien unterteilt wird. Auch ist die Amtssprache in Andorra katalanisch, deswegen man auch über eine Fusion der beiden Länder nachdenken könnte. Wenn man sich die Liga anguckt, dann sieht man klar den Ausgang. Die katalanische Meisterschaft wird sehr wahrscheinlich regelmäßig von den FC Barcelona gewonnen, wobei Espanol ihre Stadtrivalen sich vielleicht ab und zu mal ärgern könnte, aber ernsthafte Spannung wird es in dieser Liga eher selten geben. Man könnte durchaus es erlauben, dass der FC Barcelona weiterhin in der La Liga spielen darf, dasselbe gibt es auch mit Swansea Cardiff in England, aber ich glaube Barcelona hätte erstens nicht das Interesse und ich glaube die La Liga würde sie nicht so gerne wieder zurück haben wollen, nachdem was alles passiert ist. Der Marktwert der katalanischen ersten Fußballliga liegt so etwa bei 808,60 Millionen Euro, wo man in Europa auf Platz 11 wäre. Aufgrund des Verschwindens der katalanischen Klubs aus Spanien würde die La Liga von Platz 2 auf Platz 4 rutschen. Da diese Liga recht neu und recht schwach ist, kann es aber gut sein, dass die Marktwerte der katalanischen Fußballliga noch sinken werden. Vor allem der FC Barcelona wird mächtig an Wert verlieren. Vielleicht auch wird dank der guten Jugendarbeit in Katalunien die Liga zu einer Ausbildungsliga, ähnlich wie in der Niederlande, Deutschland oder Belgien. Würde man auch eine zweite katalanische Liga erstellen, dann hätten sie einen Marktwert von 41 Millionen Euro und wäre unter den anderen Zweitligisten Europas auf Platz 24. Würde man aber die Jugendmannschaften entfernen, würde man auf insgesamt 9 Millionen Euro und auf Platz 34 fallen. Jetzt schauen wir uns mal die katalanische Herrenfußballnationalmannschaft an. Sagen wir einfach mal, wir dürfen zum nächsten Länderspiel einen 23-Mann-Kader nominieren und diesen Kader dürfen nur Spieler, die wirklich in Katalonien geboren sind. Spieler wie Hugo Lloris oder Lionel Messi werden damit wegfallen. Beim Nationaltrainer Kataloniens ist die Herkunft eigentlich egal. Von 2009 bis 2013 hat sogar mal Johann Cruyff die nationale Fußballauswahl der Katalanen trainiert. Wenn man aber einen Trainer möchte, der gebürtig aus der Region stammt, dann kann man Trainer wie Xavi oder Pep Guardiola nehmen. Aktueller Nationaltrainer Kataloniens ist aber seit 2016 Sergio González Soriano, den wir jetzt einfach im Amt als Cheftrainer beibehalten. Die Formation, die wir für die katalanische Herrenfußballauswahl verwenden, ist die 4-4-1-1 Aufstellung. Im Kasten der Katalanen steht Paul Lopez von Olympique Marcel. Unsere beiden Innenverteidiger sind Gerard Piqué vom FC Barcelona und Marc Batra von Real Betis Ballon-Pierre. Die beiden Außenverteidiger sind links Jordi Alba und rechts Sergio Roberto vom FC Barcelona. Die Zentrale besteht aus Christian Tello von Betis und Sergio Busques vom FC Barcelona. Links von Tello steht Kukurela von Brighton & Hof Albion und ganz rechts Deulevoll von Udinese Calcio. Zentrales offensives Mittelfeld steht John Jordan vom FC Sevilla und ganz vorne im Sturm Gerard Moreno vom FC Villareal. Eigentlich ein ganz ordentlicher Kader. Auf der Bank haben wir Edgar Badia und Jordi Massip, die Katalonien als Ersatz für Paul Lopez aushelfen könnten. Dann haben wir noch Oriol Romoy, Marc Rocca, Paul Lirola, Ricky Puig, Alex Vidal, David Lopez, Victor Ruiz, Pere Pons, Melendo und Keita Baldé. Wenn man sich den gesamten Kader anguckt, sind da einige bekannte und erfahrene Spieler dabei und auf der Bank sieht es auch nicht so mager aus. Von den Namen der Spieler her ist Katalonien eine überdurchschnittliche und gute Nationalmannschaft, die sich nicht verstecken muss. Ich glaube zwar nicht, dass sie irgendwo Titelfavorit sind, aber zumindest die Gruppephase und vielleicht ein bisschen weiter werden sie schon überstehen. Insgesamt hat der 23-Mann-Kader von Katalonien einen insgesamten Marktwert von 204,5 Millionen Euro und wäre auf den europäischen Vergleich auf Platz 19 und auf den weltweiten auf Platz 27. Ich glaube aber aufgrund der guten Jugendarbeit in der Region, dass Katalonien sich vielleicht wie Belgien entwickeln oder vielleicht auch wie Kroatien. Kroatien hat es trotz der Abspaltung von Jugoslawien geschafft, eine ernstzunehmende Fußballnation zu werden, die fast sogar Weltmeister wurde. Ähnlich wie Katalonien gibt es in Kroatien eine Liga mit eher unterdurchschnittlichen Teams, paar okay gute und einen, der die Liga komplett dominiert. Also das Potenzial ist da. Jetzt schauen wir uns aber an, ob Katalonien überhaupt eine Fußball-Europameisterschaft oder sogar eine Fußball-Weltmeisterschaft austragen könnte. Die Antwort ist eher nicht. Es gibt in Katalonien insgesamt nur drei Arenen, die für ein solch großes Turnier geeignet wären. Da hätten wir das RCDE-Stadion von Espanyol mit rund 40,5.000 Plätze, das Olympiastadion mit rund 55.000 Plätze und das Camp Nou vom FC Barcelona mit rund 99,3.000 Plätze. Um eine vernünftige Europameisterschaft austragen zu können, bräuchte es mehr Stadien und Infrastruktur. Also bevor man eine austrägt, sollte man auch einige Stadien ausbauen und welche vielleicht neu einrichten. Meine Einschätzungen und Erwartungen von Katalonien. Die Liga hat mit den FC Barcelona ein absolutes Top-Team in ihren Reihen, das höchstwahrscheinlich jedes Jahr die katalanische Meisterschaft holen wird. Dahinter haben wir zwei schon gute Mannschaften mit Espanyol und FC Girona. Die werden aber eher vielleicht mal den katalanischen Pokal gewinnen oder sich mal für Europa qualifizieren. Gymnastik Tarragona, CF Sabadell und der FC Andorra können vielleicht mal eine Überraschung in der Conference League starten. Aber der Rest der Liga ist Müll und wird sehr wahrscheinlich um den Abstieg spielen. Die katalanische Liga schätze ich als eher schwach ein und wird eine mittelmäßig gute europäische Liga werden und sehr langweilig. Ich gebe 6 von 10 möglichen Punkten. Internationaler Fußball. International schätze ich Katalonien auch nicht sehr gut ein. Ich glaube Barca wird das einzige Team sein, das was reißen wird. Espanyol könnte eventuell mal was interessantes in der Europa League anstellen oder vielleicht mal die UEFA Conference League gewinnen. Girona schafft es vielleicht mal über die Gruppenphase der Conference League, vielleicht gerade mal so. Aber für den Rest sehe ich komplett schwarz. Dank Barca werden sie vielleicht in der 5-Jahres-Wertung der UEFA oder in den besten 15 Teams Europa bleiben. Aber in Sachen internationales Geschäft gebe ich die katalanische 1. Liga 4 von 10 möglichen Punkten. Die Fußball-Nationalschaft in Katalonien schätze ich sehr gut ein. Ein gutes Team und eine erfahrene Startelf. Die Katalanen werden sich sicherlich für die meisten WMs und EMs qualifizieren und dort mindestens die Gruppenphase überstehen. Bei Europameisterschaften schätze ich einen Viertelfinaleinzug ein, wenn nicht vielleicht 1 ins Halbfinale. Bei Fußball-Weltmeisterschaften sehe ich das Erreichen des Achtelfinals, wenn nicht vielleicht mal das Viertelfinale. Und in der UEFA Nations League sehe ich sie so zwischen Liga B und Liga A, aber hauptsächlich Liga B. Die katalanische Herren-Fußball-Nationalmannschaft gebe ich eine 7,5 von 10. Letzte Kategorie ist die Infrastruktur und das Ausrichten von Turnieren. Wie gesagt, man hat paar gute Stadien, sogar das Camp Nou einer der größten Stadien der Welt, aber die Anzahl der turnierwürdigen Stadien ist zu gering. Die Infrastruktur von Barca und deren Jugendakademien ist hervorragend, aber der Rest ist nur okay oder nicht gut. Deshalb gebe ich bei Punkt Infrastruktur und Organisieren von Turnieren eine 3,5 von 10. Insgesamt bekommt der katalanische Fußball 21 von 40 möglichen Punkten. Jetzt seid ihr gefragt, wie stark würdet ihr eine katalanische Liga und eine katalanische Nationalmannschaft finden? Schreibt eure Meinung gerne in den Kommentaren. Wenn ihr dabei seid, könnt ihr mir auch noch weitere Vorschläge für das nächste Gedankenexperiment machen. In der Endcard seht ihr das letzte Was wäre wenn? Was wäre wenn Holland und die Niederlande zwei unterschiedliche Länder wären? Das andere ist das Video über einen möglichen CONCACAF-Beitritt von Gröland. Like und abonnieren nicht vergessen. Das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal.